So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video zu Escape from Tarkov. Heute geht es um das Thema PvP, was ja gerade auch für die vielen Neuensteiger interessant sein könnte. Erstmal noch vielen Dank für den Support auch im letzten Video. Schaut natürlich auch die anderen Videos der Reihe an und gebt natürlich auch gerne einen Daumen hoch und kommentiert, was so eure Erfahrungen sind und dann starten wir direkt rein. Erster Punkt, grundlegend zum PvP. Klingt ein bisschen komisch, aber heißt im Endeffekt, nimm nicht jeden PvP-Kampf. Das kenne ich auch leider viel zu gut aus meiner Sicht. Mein Bruder versucht mich immer noch ein bisschen zu bremsen, aber meistens gehe ich am total unnütze PvP-Fights ein. Zum Beispiel zum Ende vom Raid. Ich bin eigentlich vollgepackt mit tollen Sachen und sehe irgendwo noch jemand rennen und denke, okay, komm, den Fight gehe ich ein, bringe mich vielleicht sogar noch in eine nachteilige Position und unter Umständen verliere ich den Kampf auch. Das heißt, nicht jeder PvP-Kampf ist gut. Klar, wenn es darum geht, Erfahrungen zu sammeln, ist natürlich jeder PvP-Kampf gut, aber am Ende des Tages ist der gute PvP-Kampf, wenn ihr als Gewinner rausgeht und es aus dem Raid schafft. Grundlegend ist natürlich dann auch noch zu sagen, dass die Kenntnisse der Karte extrem wichtig ist. Wo könnt ihr euch positionieren? Wo wird der ums Eck kommen? Wo sind viele typische Laufrouten von Playern? Und wo könnt ihr eventuell quasi den Gegner auch umlaufen oder taktisch euch irgendeinen Vorteil erholen durch den High Ground oder sonstige Kenntnisse der Karte? Klar setzt das voraus, dass ihr natürlich schon ein bisschen Erfahrung auf der Karte habt, aber müsst ihr einfach darauf achten. Habt auf dem zweiten Bildschirm immer die Karte offen am besten und Erfahrung sammeln. Dazu gehört natürlich auch unweigerlich der Fluchtplan. Das heißt, wenn ihr in einen Fight geht, haltet euch immer schon eine Türe offen oder bringt euch nicht in eine Sackgasse, wo ihr sagt, okay, da komme ich jetzt nicht mehr raus, da sind drei Gegner, ich werde den Fight auf jeden Fall verlieren. Und ihr habt vielleicht was unglaublich Wichtiges dabei. Von dem her versucht euch immer eine Tür offen zu halten und somit quasi einen Fluchtplan offen zu halten, falls ihr merkt, okay, das wird so nichts mehr. Ihr müsst jetzt los, dann stimmen rein, Schmerzmittel rein und nehmt die Beine in die Hand. Ist im Zweifelfall besser, als wenn ihr stirbt. Ganz einfach. Der nächste Punkt wäre, hatte ich glaube ich auch schon im Beginner Guide genannt, langsam und bedacht vorgehen. Gerade auch im PvP ist es meist von Vorteil, wenn ihr ein bisschen langsam macht, das heißt auch nicht unbedingt durch die Gegend sprinten wie wild, sondern ihr lauft normal, immer mal auch vielleicht stillhalten, auch wenn ihr was hört, einfach mal kurz ein paar Minuten unter Umständen auch mal sitzen, wenn ihr nicht sicher seid, war da jetzt was, könnte was sein. Denn oftmals ist es so, ihr denkt, da war was und dann sagt ihr, ach, da war nichts und dann ist was dort. Von dem her ist es auch oft, auch wenn er euch schon gehört hat, dann ortet es meistens in ein Geduldsspiel aus. Und meistens ist es dann auch halt eben so, dass derjenige, der weniger Geduld hat, unter Umständen den Kürzeren zieht oder halt immer noch die Option gibt, okay, ich umlaufe den Gegner oder gehe den PvP-Kampf aus dem Weg. Aber dazu soll es ja hier jetzt auch nicht hauptsächlich gehen in dem Video. Deswegen Geduld, langsames, kontrolliertes Vorgehen ist unter Umständen oftmals der Schlüssel zum gewonnenen PvP-Kampf. Der Vorteil ist, wenn ihr auch langsam über die Karte lauft, habt ihr im Regelfall euer Ausdauer voll. Das heißt, wenn ihr über die Karte sprintet und ihr seid am Limit und dann seid ihr außer Atem quasi und dann startet ihr einen PvP-Fight, seid vielleicht gerade noch in einer schlechten Position, ganz schlecht. Deswegen haltet euch, auch wenn ihr sprintet oder wenn ihr über eine größere Fläche lauft, haltet euch mindestens die Hälfte der Ausdauer zur Verfügung. Die lädt einem relativ schnell auch wieder auf. Aber im Zweifelfall braucht ihr die Ausdauer halt unbedingt, um irgendwie hinter ein Hindernis zu kommen oder den Gegner zu umlaufen. Daher achtet immer auf eure Ausdauer. Die Ausdauer levelt ihr auch quasi in Tarkov immer passiv mit, wenn ihr voll euren Balken quasi leer sprintet oder eben halb leer sprintet oder wie auch immer, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt es speziell leveln, dann solltet ihr den Balken ganz runter rennen und ihr solltet darauf achten, dass ihr nicht überladen seid. Heißt links unten, die Gewichtszahl sollte nicht gelb sein. Dann levelt ihr Ausdauer. Sobald ihr den gelben Bereich übergeht, levelt ihr die Stärke beim Sprinten. Ein weiterer enorm wichtiger Punkt in Escape from Tarkov ist, die Ausrüstung und Waffen effektiv zu nutzen. Das heißt, wenn ihr eine extrem gute Waffe habt und extrem schlechte Munition habt, dann kann sich das natürlich extrem schlecht auf den Kampf auswirken. Wenn der Gegner eine bessere Armor hat und ihr schlechte Munition und ihr schießt ihm halt auf den Brustkorb, dann kann es unter Umständen sein, dass die Munition nicht mal wirklich durchkommt, weil die Armor zu viel Armorpunkte hat. Und dann geht es meistens so hinaus, dass ihr den Kampf verliert. Das heißt, wenn ihr natürlich nur schlechte Munition am Anfang zur Verfügung habt, gibt es immer noch Munitionsarten, die halt sehr viel Fleischschaden macht. Da gibt es dann die Leckmeter, da könnt ihr dann auf die Beine quasi schießen. Dann wird der Gegner erstmal langsamer und kriegt halt enormen Schaden, weil er da keine Rüstung tragen kann. Ist aber bei mir persönlich, war ich nie Fan von. Und meine Reflexe, die gehen immer auf Brust oder Kopf. Und meistens dann doch tatsächlich auf die Brust. Und wenn ich dann keine gute Munition habe, sieht es halt schlecht aus, weil die Armor unter Umständen so viel von meinen Schüssen abblockt, dass der Gegner mich ohne Probleme niederschießen kann. Das heißt, Kopf, Beine sind extrem gute Ziele natürlich. Oder ihr habt High Penetration, Armor und könnt dann natürlich auch durch die Armor schießen. Des Weiteren könnt ihr auch den Scuffer gut nutzen, zum PvP üben. Ihr könnt mit dem Scuff auf die Map gehen und eben versuchen, auch andere Player zu erwischen. Auf manchen Maps hat man da mehr Glück und muss halt immer ein bisschen auf den Timer rechts oben achten. Und dann sieht man auch, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch Spieler da sind. Aber generell wird meistens der Scuff Run in meinen Augen oder meiner Perspektive zum Loot auffüllen und Sachen looten eben genutzt und weniger zum PvP fighten. Weil ihr natürlich auch, wenn ihr angenommen, ihr geht auf andere Scuffs los, da übt ihr keine richtige PvP, weil meistens in der heutigen Zeit keine Gegenwehr kommt. Und ihr kriegt natürlich Minus-Scaff-Karma. Das ist auch kontraproduktiv. Also rate ich davon generell eher ab, weil ihr für den PvP, also wirklich gegen andere Spieler, gegen andere PMCs, habt ihr wahrscheinlich als Scuff zu wenig Konfrontation, um das wirklich aktiv zu üben. Was ein Vorteil sein kann, ist natürlich, sucht euch einen erfahrenen Spieler oder spielt mit Kumpels zusammen, übt das taktische Vorhergehen, übt Absprachen, wo ist der Gegner, hinterm Stein, hinterm Baum, vorne, links. Das sind immer typische Probleme, die haben wir auch noch. Aber das kann man eben üben. Und wenn ihr ein festes Team habt oder feste Leute habt, zusammen zu spielen, wird es auch schnell besser und ihr könnt taktisch vorgehen und die Gegner in die Zange nehmen. Kann aber auch im Gegenzug zur Verwirrung sorgen, wenn die Absprachen schlecht sind, ist es halt auch oft so, dass ihr nicht wisst, wo ist jetzt euer Kooperationspartner generell, wo ist er, gehe ich ums Eck, dann zögert ihr, dann ist er das nicht, dann ist er der Gegner, ihr seid tot. Wie gesagt, da muss die Absprache und Timing und alles muss schon sehr gut funktionieren, aber kann man üben und ist auch ein Weg für gute PvP-Fights. Ein weiterer Punkt ist, gerade auch im fortlaufenden Raid, wie sieht euer Inventar aus? Habt ihr Munition, Medics und alles beieinander, habt ihr es immer an den gleichen Orten, weil wenn ihr dann im Endeffekt in einem PvP-Fight seid und dann irgendwie schnell agieren müsst, mit einem Stim oder irgendwas, solltet ihr auch wissen, wo der ist und nicht in irgendeiner Weste, im Rucksack, im Rucksack, irgendwo eure Medics drin haben, achtet da drauf, dass ihr schnell an die wichtigen Sachen drankommt und das gleiche gilt dann auch, wenn ihr einen Gegner getötet habt beim Looten, versucht so schnell wie möglich effektiv zu looten, um einfach nicht dann zu lange an dem Ort zu stehen, vielleicht haben das andere Spieler gehört oder andere Player-Scafs gehört, die dann auf dem Weg dorthin sind und euch dann einfach abschießen könnt, während ihr lootet. So, jetzt kommen wir zum letzten und auch mit einer der wichtigsten Punkte, gerade für die Neueinsteiger, aber auch für die fortgeschrittenen Tarkov-Spieler. Lerne aus deinen Fehlern, das mache ich auch regelmäßig tatsächlich, sprich, ich habe einen Schusswechsel und sterbe und dann heißt es natürlich erstmal wieder so, ah ja, keine Ahnung, wie konnte der nicht drin sein, wie konnte ich den nicht treffen, warum hat der mich schneller getötet, dann schaue ich mir das Replay an, vielleicht auch noch in Zeitlupe und dann ist halt wirklich oft so, dass man sieht, okay, man ist von den fünf Schüssen im Endeffekt vielleicht nur maximal einmal drauf und ist auch nicht wirklich akkurat oder man aimt halt einfach grundsätzlich daneben oder er war halt einfach schneller oder ihr habt vorher irgendeinen Fehler gemacht und hättet sagen können, okay, da wäre ich nicht lieber links, sondern wäre es besser gewesen, ich hätte rechts lang oder ich hätte lieber warten sollen, anstatt zu pushen, hätte lieber eine Granate schmeißen sollen, hätte mir lieber erst ein Schmerzmittel reinhauen können. Lernt aus euren Fehlern, guckt euch die Replays an, gibt es genug Software kostenlos, auch zum Beispiel Nvidia Shadowplay, wo ihr auch quasi rückwirkend die letzten paar Minuten aufnehmen könnt und dann könnt ihr die analysieren und da lernt ihr halt auch extrem viel, was euch dann auch effektiv weiterbringt. So, wie gesagt, weiteres Video ist, ich gehe jetzt auf die einzelnen Punkte natürlich nicht ins Detail ein, wenn ihr Fragen zu speziellen Punkten habt, dann kann man da gerne auch nochmal drauf eingehen, aber das sollten jetzt mal so ein paar grundlegende Sachen sein, natürlich speziell für Neuensteiger, aber vielleicht ist auch der eine oder andere Tipp für fortgeschrittene Spieler dabei. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, gebt gerne eine Bewertung ab und abonniert auch gerne den Kanal und dann freue ich mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!